25 Jahre alt ist, wurde als die dominierende Läuferin der 90er bezeichnet. Und dann war sie noch ganz unter dem Eindruck dieses Rennens offenbar, als sie die Anlaufbahn von Kofi Amor-Prah im Weitsprung kreuzte. Ja, da schreit man, fass auf, aber sie weiß nicht, wohin sie hingucken soll. Oh, das sah böse aus. Kofi Amor-Prah am Anlauf zu seinem vierten Versuch, aber ich kann Sie beruhigen, liebe Zuschauer, beide sind wohl auf. Der deutsche Weitspringer setzte seinen Wettbewerb fort und auch Gabriela Sabo...